Hallo Nicole, Barbie solltest du nicht gerade bei der Arbeit sein? Nicole, das war nicht das Richtige für mich. Hast du was anderes da? Mal schauen. Barbie, ich glaube du hattest einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, stimmt's? Ja, hab ich. Auf der Orthopädie-Station wird eine Helferin gesucht. Das könnte das Richtige für mich sein. Das hoffe ich doch. Ich führe sie gleich mal rum. Das hier ist unser Röntgengerät. Vor jedem Patienten waschen wir uns natürlich die Hände. Und hier haben wir auch Verbandsmull. Alles klar, das ist einfach. Meine Hand. Guten Tag. Was fehlt dem Kleinen denn? Er ist von der Schaukel gefallen. Können Sie bitte seinen Arm untersuchen? Fräulein Barbie, machen Sie bitte ein Röntgenbild. Alles klar, mach ich. Äh, ich, äh. Ja, okay. Äh, äh, äh. Äh, äh. Äh, die Barbie ist aber schwer. Äh, äh, äh. Äh, was macht sie denn da? Das Röntgengerät muss doch zum Patient. Äh, äh. Äh, klar. Sie haben natürlich recht. Ich mach gleich das Röntgenbild. So, kann ich das Röntgenbild gleich sehen? Ja, bitte. Dem kleinen Patienten tut auch die Hand weh und sie haben den Ellbogen geröntgen. Äh, das tut mir leid. Gehen Sie bitte auf die Seite. Ich mach das Bild selbst. Komm, Sohnemann. Wir gehen zu einem anderen Arzt. Jetzt machen wir noch ein B-B-Bild. Äh, wo ist denn der kleine Patient? Hollein Barbie, wie erklären Sie mir das? Äh, Sie sind in diese Richtung gegangen? Ja, am besten Sie gehen Ihnen nach. Denn, äh, ja, das ist wohl nicht das Richtige für Sie. Was? Sie feuern mich? Ja, natürlich. Äh, mir doch egal. Dieser Beruf hat mir sowieso nicht gefallen. Also wirklich?